Hör so Weißt du was für ein Joghurt mit der Ecke ich hab? Was für ein denn? Ecke des Monats Ahoi Brause Was? Alter du willst es doch nicht jetzt zocken wo wir hier... Äh nicht... Nicht... Nicht essen wo wir hier jetzt... Ach vergiss es Chill hört man eh nicht Ja hey Leute hier ist mir neu Hi Dragon Ray Hallo Leute Ja genau ich vergess dich immer Tut mir so leid Geh weg Geh weg In Hashmonie ja genau Wir spielen jetzt Dead Island weiter da wo wir zuletzt waren Also wir waren ja weiter oben aber da sind jetzt vielleicht unten weil... Halt die Schnauze man ich will reden Das wo wir die letzten Missionen und so Zeug hatten Schauen wir für Hilfe Äh haben wir hier schon alles angenommen? Ja ne Warte ich muss kurz was gucken Inventar Kommen wir bei Quest Jetzt irgendwie nochmal Zwei Plätze frei Ich will aber Einfach mal hier alles noch mit reinziehen Lass mal lass mal das äh die müssen wir machen Sag mir wo es weh tut Dann kriegen wir einen Bauplan von einer Deo Bombe Äh ich will eh Hä? Deo Bombe Oh wie geil Okay warte mal Ich will mal kurz noch mein Paddel hier weil das... Ich hatte ja keins mehr Hä? So okay Ey ich will kurz alles reparieren ne Okay So und dann hab ich dir noch was zu erzählen Ich kann dir aber noch was annehmen ne Ich kann dir aber noch was annehmen ne Das Autoersatz zahl scheiß Dreck Ja Ja Warte mal Ach ich dachte das haben wir dem schon gegeben Ach ne Quatsch Haben wir nicht So Ich reparier das dann mal Keine dp Ausgelutscht Kriegst du schon was? Hä? Kriegst du schon was? Hä? Hä? Nix mehr oder was? Was ist das denn für ein Penner? Was haben wir hier? Verdammt 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 Warte ich komm mal Stirb alter Stirb alter Lässt dir einfach mal nen Bolzen fallen Der hat 13 Alter Wie schnell das abnutzt das Messer Ja Kann man nicht noch Geht schon gut schnell weg Aber das kannst du auch skillen Damit das länger hält Wie kann ich das skillen? Muss ich gucken Ich glaub das gehört zu überleben Okay Wo ist das nächste? Der Ah da kann man Sachen kaufen hier bei dem So Oh Oh Suche nach Einen Ohr Was Kon Legt mir im Arsch Namens William Schwierigkeitsgraden Mittelbelohnung 700 EP Und ne Eigenbaumachete Okay Äh ich kann hier noch Äh Ne Coin Und so mittleres Medikit Und so nen Scheiß kaufen Bei Mälder oder Mod Ich hab irgendwie Motorteile dabei Wert 188 Dollar Achso kann ich mir gar nicht kaufen So ok Äh brauch ich eh nicht Ah so nice Direkt Cash und noch ne Quest Ach was Suche einen Rettungswagen oder ein Fahrzeug der Rettungsschwimmer und bringe die Sanitätertasche zum Turm Schwierigkeitsgrad mit Belohnung 700 EP Und eine äh Sichel Ich hab mir grad was gekauft So ein komisches Doppel Achso das hast du gesagt das ist scheiße ne Äh Doppelklinge Bist du nicht aufm Klo? Fuck Was aufm Klo ey Ja ja Ich hab den Toilettenschlüssel geguckt aber da warst du nicht Was? Ey ich kann das gar nicht nehmen Ich hab mir was gekauft und ich kann's nicht nehmen Willst du mich ficken oder so das scheiß Ding? Was? Ne Doppelklinge hä? Achso Stufe 8 ist die erst Dumm Kloffe Ja dann komm Dann lass mal weiter gehen Auf gehts Ey bei mir wird kein Weg angezeigt irgendwie Hier waren wir ja schon Wird bei dir ein Weg angezeigt? Äh Ja Ne jetzt grad nicht aber Doch eigentlich doch So einer klasse Weg 2,5 Meter noch Die Aufzuteile haben wir schon jetzt oder was? Die Aufzuteile habe ich schon abgegeben Die Quest ist erledigt Habe ich dir jetzt eigentlich auch was bekommen? Nö Willst du mich verarschen? Oh hier sind schon die nächste Wir haben ein paar Zombies hier vergessen Wo? Hab ihn getötet Gibt doch Danke dass ich für das jetzt auch nix bekommen habe für die Autoteile Wo wir schon gestern gemacht haben Finde ich echt super Boah Passiert Ach Gott Scheiße Erkältung einer Wie kann man sich über eine Nacht verkälten ey Achja was ich erzählen wollte Warte die alte bedrägt mich doch ein bisschen zu sehr Jetzt Warte Warte Aua Aua hat mich vorweg geschlagen Denken der wer ist Ah wie kann sie es mal wegschucken die Viecher Alter wie viele sind das Aber übel ne Weil ich hab einen Molotow Dann Paddel Bamm Brem mich doch nicht an Aber ich hätte Rasserei einzusetzen können für Witz und so Stimmt das kann ich auch mal machen Du dummig Was mein Paddel ist am Arsch Dafür kriegt von der alten Holzbrett Ja die sind gut verkohlt aus auf jeden Fall und der hat keinen Kopf Okay Waches Eigenbaumesser Oha Kann ich mal so schlecht So äh ja was ich erzählen wollte Ja Erstmal für eine Woche so eine Aktion von Pornhub Kennste oder Ja Wenn man da Wenn die eine bestimmte Also Pro 100 Aufrufe Was ist das eigentlich Pornhub? Eine Pornoseite Achso ne kenn ich nicht Wenn man da für eine bestimmte Zeit Oh fuck ich bin fast tot Ich brauche ein Energy Au Ey der hat mich im Fluch weggeschlagen Was ist das denn für einer? Warte mal Ah die kommen hinterher Die kommen da aber nicht hoch So gefickt Was ist das gerade für ein Geräusch? Das war womöglich meine Hausklingel Okay wenn man da bei Pornhub finde ich ähm äh äh Pornos geguckt hat Von einer bestimmten Kategorie aus ähm Haben die äh dann immer in Bäume gepflanzt in den USA Ja Also immer schon Pornos gucken Ach warte mal aber irgendwie ich brauche ein Energydrink Ganz dringend So Was brech mal durch die Tür vielleicht finden wir da hinten dran was Ich brauche gar nicht Ich bin so sorry Tim Ich bin so sorry Ich bin so sorry Tim Ich bin so sorry Nö gar nichts außer dem Basi Oh immer so knapp Ey er war doch schon drin Jesus Christ Äh stufe 1 benötigt habe ich nicht Ach das war das mit dem Ding Wahrscheinlich ich also ich denk mal Äh ok Warte man kann ja Haar drücken Oder irgendwas Da kann man sich regenerieren Wurde? Ja wenn man Haar drückt oder so was man Medicaid dabei hat Äh ich brauche unbedingt Energy Ja Es ist immer wert Helf mir mal bei dem Die hier Ich hab selber gerade einen Warte Spaß hier und dem Fliegen fliegen rum Wusste dass der aufsteht ich wusste es einfach Wo pisst denn du eigentlich? Mir wird doch kein Legang gezeigt Bin immer noch aufm Aufm Weg zur Quest Ok Oh der Spassi rennt Der prügelt jetzt die Zombies Musst mir helfen Oh aufgeschlitzt Ok habe ich noch geschafft Aber beim nächsten bin ich tot Ah jetzt kann ich hier noch Autoersatzteile nehmen Irgendwie aber ich brauche doch gar keine mehr Hä? Wo muss ich denn hin bitte? Oh! Hände ich fast übersehen hä? Alter wie das immer lange dauert mit dem scheiß stumpfen Messer Das dauert viel zu lang Ich hab das Auto ne? Ich schubs mich einfach weg Hast du das Auto? Ja das von letztem Mal Ich steh wieder her Ja Warte ich komm zu dir Äh die alte Mit dem Auto kommst du da nicht hin Ach wir haben eine andere Quest Was? Ich hab das Gefühl du kriegst ganz EP für die Quest und ich bin nur dabei Was gibst du nicht dass ich da immer vorbeitriffe? Ja ist wirklich so ne? Ich se immer noch alles so scheiß rot Wie viele Brauchen Energy Wo bist du? Äh ich bin nur in der Freude drin Ah! Ich bin tot Ich bin sowas denn tot Wo bist du denn? Ich werde sterben Ich werde sterben Ach da vorne Ich bin tot Ich bin sowas denn tot Bist du da? Ja Gut Aber aber ich brauche es unbedingt Lass mich mal den ein Zombie hier trollen Warte Achte Der Sau Scheiße Das sind die Fächer dumm Bam Ich bin aufgestiegen Hä von wo kam das jetzt? Ey ich bin Ich bin Ich seh fast gar nix mehr ne? Du am Arsch? Ja man Ich weiß gar nicht wie du immer so wenig Schaden bekommst und so Hab mich immer fan von den Typen und hau irgendwie mal einer auf den Latz So was skill ich denn jetzt? Extraplätze Upgrade Kosten Upgrade Kosten Wie geil Maybe there is something we can use Faden wenn betrunken? Aber wir trinken zu wenig Alkohol in dem Spiel Ey weil wir jetzt die Extraplätze umgegelt Wie wir trinken zu wenig Alkohol in dem Spiel Ach ich habe noch mehr Oh nice Wie Wie Man muss Alkohol trinken in dem Spiel oder was? Ne Kannste machen dann kannst du Du bist halt betrunken und kannst damit halt weiter Kämpfen oder so aber Ist ein bisschen nervig Warte mal Ok ja ich weiß nicht wie gut es lang geht Du wirst mir nicht angezeigt Du hast dann Irgendwie muss man den doch teilen den Quest Wir müssen irgendwie Das Insulin zu der einen Tusse dahin bringen Guck mal Komm mal da durch I? Guck mal hier voll der Spielfehler Äh lol Was Versuch vom Ende am Ende fällst du noch rein Äh ok Was Warte mal wo Ich brauche Energy So dringend Ich glaube der lebt noch Ich glaube der lebt noch So Ich spür weit Das ist so ein Auto Wie geil Please Nein jetzt habe ich irgendwas aufgenommen wo ich gar nicht aufnehmen wollte So Ach da liegt auch noch einer Bringe Rochas Ehefrau Jessica Zu James im Leuchtturm Ok Boah meine Fresse Hat irgend Verbände rum Ja ich habe es auch schon aktiviert oder? Bitte Oh Mein Freund Er ist blut Kannst du uns helfen? Äh Bist du auch in dem Kreis? Ähm André? Ja? Ich bin im Kreis Aber ich muss nur kurz Irgendwie ein Energy nehmen Warte mal Hast du was dabei? Hä? Ich sehe fast nichts mehr Ich muss irgendwie hier in Energy Irgendwas Wasser Hilft Wasser auch? Zitronensaft Nee Guck mal hinten dran Hier ist ein Energy Drink Wo? Bei mir hinterm Haus Oh Gott sei Dank Oh Gott sei Dank Let's take a look, shall we? So okay, ähm Komm mit dem roten Kreis nochmal So okay Ähm André, die erste Folge ist vorbei Ich fühle mich nicht so gut Ach man, die sind alles so laut Irgendwie Nervt mich das gerade so ein bisschen Naja Äh Part 5 war das jetzt, ne? Ja dann sagen Mann, wir sehen uns mal in Part 6 wieder, ne? Jedenfall Vergesst nicht bei seinem Channel vorbeizugucken In der Beschreibung verlinkt Und bis zum nächsten Mal Ciao Leute Ciao Oh